Ich komme gerade vor wie Joe Croft oder Seek in seinen Fandale 2 Folgen mit seinem Intro ohne Musik. Ach, da habe ich aber wenigstens geredet. Das war nur damit kein Black Screen ist. Wie kommst du jetzt da drauf auf das Intro ohne Musik? Ich habe noch nie so einen... Wie sich jemand so wenig Mühe geben kann bei einem Intro einfach so. Ach komm. Wie so wenig Mühe. Wir klatschen uns jetzt einfach mal so rein. Hä? Wie so wenig Mühe? Ich habe doch das Intro auch mit Musik. Hä? Na guck mal, die alten City Survival Folgen von 2017. Oder Hexel. Das gleiche Intro. Da hatte ich das Intro nur mit Musik. Ganz normal. Dann bringst du es zwei Jahre später. Ja, dann bring ich es nochmal ohne Musik. Einfach nur als Unterlegung, weil sonst wäre Black Screen. Ich mache das Intro jetzt mal nach. Guck mal, so sind eigentlich Intros. Da ist eine geile Musik auf jeden Fall. Nur deine muss... Deine ist, fang so an. Ja, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mir eine Demo. Ich bin mir auf Annetzwei. Lukas. Moin Leute. Ja. Das allerschlimmste Alter. Ich habe letztes Mal kurz so einen kleinen Countdown gemacht. Ja, ja, mit. Alter. Junge. Sag mal. Alles klar noch bei euch? Hä? Was ist ein... Ganz... Junge, ich habe in einer Minute habe ich geguckt, du hast schon achtmal gesagt. Das ist... Sweet hat in einer Minute schon irgendwie 16 Mal gesagt. Das ging die ganze Zeit... Das waren zwei Minuten. Ja. Ein... Ein Minuten und 26. Wenn man es genauer nehmen will. Ja. Und das waren nicht acht, 16, sondern das waren fünf und elf. Hast du dir das zurückgesprungen? Hast du mal genau nachgeschaut? Äh... Ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe auch nicht mitgezählt. Ich habe mir so ungefähr das mal ein Bild von gemacht. Und... Fällt dir jetzt auf, wie oft ihr das zusammensagt? Ja, schon. Aber die Frage ist, was ist daran schlimm? Wahrscheinlich ist euer kompletter Monitor vollgesprungen. Oh, oh, oh. Oh, ich habe hier so eine fette Base gefunden. Was? Sag mal, TPA. Nimm mal eine TPA. Ja. Ihr habt hier alles geclaimt. Das tut mir... Oh, lol. Ja, mein Redstone. Junge, wie viel ihr gemacht habt. Ey, Alter, hier liegen Sachen rum. Ich habe... Ich habe... Was denn? Na ja, die Sachen hier. Ich habe hier... Die Sachen bei dir? Ich habe hier so... Coagulated Blood gefunden. Ja, ich auch. Oh. Ja, spinnen. Oh, hier ist ein Portal. Komm, lass mich mal reingehen. Brutal. Ein Portal, nicht Brutal. Ne, ein brutales Portal. Ist das. Ey, hä? Wie viel haben die hier gespielt? Ach, kann. Warte mal, warte mal. Wie heißen die? Oh, wow. Die haben nicht mal einen Namen. Komm, wir gucken mal kurz bei Teams. Wie, ähm... Die haben so eine ganze eigene Stadt. Mehr oder weniger. Ja, schon irgendwie. Erstmal thumbnail machen, dann sage ich, dass ich das war. Die ist auch nicht richtig. Ich guck mal hier, last scene, wer so alles da war. Heute war wieder der Spanischlehrer da. Oh, cool. Jawohl, da will ich wahrscheinlich immer noch mitmachen. Ja, da will ich in die Tiny-Gruppe unbedingt. Ich hab ne Diamond Chess gefunden. Diamond Chess, bei denen ganz normalen Scheiß-Lootback. Ja. Okay. Hier vorne hab ich ne extrem komische Rose gefunden. Dann geht deine Folge eigentlich schon. Äh, keine Ahnung. Oh, leu. Ich hab ja schon vier Tage... Also, der Höchst hat schon vier Tage, äh, und 14 Stunden gespielt. So viel hast du wahrscheinlich schon nicht mal auf der Tiny-Gruppe sieben. Hm, kann sein. Obwohl, ich glaub mittlerweile schon. Oder? Ja. Oder? Ja, es wurde ja auch mal zurückgesetzt. Also, keine Ahnung. Oder wurde es zurückgesetzt? Ja, zweimal. Ah, nicht viel, oder? Ja, wegen Wecker. Ich hab ein ungeclaimtes Haus gefunden. Ja. So, aber ich glaub, ich mach wieder zwei Folgen draus. Ja. Ach du Scheiße, was ist hier denn alles dran? Ey, das sieht genauso aus wie in Atemoda. Weißt du, warum ich das... Nimm mal das eine Bett mit da, weil wir haben ja nur eins. Ja. Ja, okay, wir enden mal die Folge. Komm, dass du noch eine aufnehmen willst, damit wir vorankommen. Nee, das ist ja die zweite Folge jetzt schon. Ich schneid das in zwei Folgen. Ach so. Äh, hier dieses Haus, das ist vorgeneriert. Das ist, äh, da gab's das selber in... Deswegen ist es mir jetzt hier halt auch aufgefallen. Ja. Guckt mal hier um, weil ich kenne das nämlich auch aus den, ähm, aus Infinity. Hab ich auch so ein ähnliches gelootet. Ach so, ja. War, glaub ich, genau das gleiche, nur mit einem Tempel halt. Ja, ich, ich sehe hier unten nämlich gerade noch einen Dungeon. Da ist noch was dran und die sehen halt auch wie Infinity aus. Komm, Creeper. Bus bauen. Äh, ja. Ja, macht er bestimmt. Einen explosiven Bus. Ach so, ja, ich hab noch nie so eine ekelhafte Scheiße gesehen. Ja. Ach. Äh. Vor allem, was ist das aber bitte für ein Schwuchtel, Alter? Mal wetten, wenn wir da draußen gewesen sind, wenn der jetzt so einen auf die Fresse bekommen, dieser alte Sack, guck dir mal an, also die erinnert mich voll an, die erinnert mich voll an so einen Spongebob im Wheel Life, Alter. Spongebob? Ja, so hässlich, der Typ. Hä, äh, ja. Oh Mann. Aber mir fehlte im Projekt Ehrenbruder Kylo. Nein, lass. Äh, wie lass? Lass das. Was soll ich lassen? Ja, das werden wir jetzt nicht persönlich, okay? Ähm, okay. Was soll ich darunter jetzt verstehen? Ach so, was jetzt eigentlich mit den Holzsorten, mit jeder Holzsorte einsammeln? Komm jetzt, ja, das machen wir, das machen wir noch. Komm erst mal wieder zurück. Hm. Los. Äh, ja. Uh. So sammle die ganzen Sachen hier ein. So. Und hier noch Karotten und so hier hinten. Und da vorne schon noch, da vorne hier liegen noch Sachen, okay? Ah ja, ja, die, so sind. Ja, ich gehe weiter für uns gucken. Gut. Ja, okay, ähm. Hast du Karotten alles mitgenommen? Auch die Malone da vorne. Ja, nimm das doch mal mit. Äh, ich wollte erst mal mich umgucken. Okay, hier noch ein Zeppling. Und das war's, oder? Ja, glaub schon. Hier, hier haben wir noch was drin. Instant Hell, Power 1. Ja, das hier kann man jetzt auch einfach mal mitnehmen. Warum nicht, ne? Hm. Warum eigentlich nicht? Hm. War auch eigentlich nicht. Siegbert Schnösel. In die Haus. Ach ja. Ja. Partywalkers in the house tonight. Everybody just have a good time. And you might not lose your eyes. And just wanna say that. Schmeckt nett. Schmeckt nett. Schmeckt nett. Genau. Komm, Freddy, Bus bauen. Hey, du sollst dich mal mit dem Microwave als nächstes nennen. Äh, nein. Oh. Also, ich hab hier so eine Ruine oder so gefunden. Sieg, TPA. Oh, dein Helfer, dann müssen wir zusammen aushalten. Oh nein. Aller, was ist hier denn alles? Aller, hier ist einfach... Alter, scheiße. Sieg. Nein, ich... Ein halbes... Ich hab dir einen TPA geschickt. Oh, lol. Nein, nein. So läufst du auch auf die zu, wenn du ein halbes Herz hast. Oh, lol. Ich hab kein halbes Herz mehr. Bau, bau, bau den Spawner ab, bau den Spawner ab. Ich, ich kill die. Ja. Gut. Oh, scheiße. Die, die drängt mich in die Ecke. Mach den Spawner ab. Nein. Ich find den ja nicht. Der ist da vorne. Äh. Ich hab ihn, ich glaub ich hab ihn. Ach, scheiße. Ich hab den Spawner. Endlich. Oh, geil. Aqua Affinity auf dem Helm. Kannst du mal... Warum guckst du in meine Chests rein? Looting, Smile. Junge, warum guckst du in meine Chests rein? Ja, okay, das kannst du mit mir, aber der Rest hier gehört mir. Äh. Toll. Hier ist ne Goldachs, die kannst du haben. Wow. Ja, Junge, du brauchst doch sowas. Wofür? Damit du Bäume abbauen kannst. Ich würd mich jetzt hier nicht so von der Ecke von uns... Tja, hier lass mal Freddy in Ruhe. Ja. Der hat hier oben auch sein Leben genossen. Was ist hier denn? Weiß ich nicht, das ist ein Spawner von Zombies mit solchen Rüstungen und Sperrtern. Und hier Schilden in der Hand, genau. Alter Scheiße, ich nehm ja schon 27 Minuten auf und ich bin fast tot, ooooh. Ach du Scheiße, schick TPA. Sammle das hier alles ein, los, TPA. So, du Scheiße. Naja, dann würd ich sagen, das war's gewesen mit der Folge. Ja, sammle deine Sachen noch ein. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also danke fürs Zusehen. Ich hab alles wieder eigentlich. Und ja. Hier liegen ganz viele Sachen auf jeden Fall. Na, aber ich hab's alles im Blick. Also, alles gut. Und ja, dann tschüss. Tschüss. Tschüss.